Wir sind hier mitten in Hannover am Maschseefest 2011 und wir gehen hier die sogenannte Schlemmermeile oder Fressmeile lang und es ist jetzt schon fast vor zwölf und man kann immer noch essen, 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 es ist noch genug hier und dieses Fest von Hannover gibt es noch drei Wochen. Bis zum 14.8. kann man hier noch in Hannover am Maschseefest feiern, feiern, feiern und wir gehen jetzt Richtung Südufer zum goldenen Löwen, zur Löwenbastion und hier ist das letzte Licht, deswegen sagen wir jetzt schon mal Tschüss, wir sehen uns vielleicht später. Tschüss.